Hi, Nick. Du schaffst jetzt die Kohle ran oder du lernst mich kennen? Kurt Ledig ist einer der wichtigsten Psychologen und Denker des 20. Jahrhunderts. Das ist sehr schmeichelhaft. Hallo. Rosa Ledig. Nick. Ich dachte, Franz. Nick Franz. Wovon leben Sie? Geschäfte. Ich habe was für Sie. 1060. Aufgewachsen im einfachen Freilichs. Schamhaft anal, latent, minimal. Er ist ein nicht uninteressanter Mann. Einfreundlicher Herumtreiber, voller Verlangen. Jetzt nehme ich mal die Vaterrolle ein. Bitte lassen Sie mich in Ruhe mit diesem Psycho-Scheiß. Mutter? Ruhe jetzt! Stellen Sie sich vor, Sie sind ein kleiner Baum. 20 Minuten, dann holen Sie mich hier raus. Verstanden? Diese Therapie, wie lange dauert das? Das hängt von Ihnen ab. Das geht nicht. Du kommst nicht in die Küche. Nee. Was denken Sie, ich kann mich der heilen? Interessant wird's sicher. Er hat ja schon seit 50 Jahren nicht mehr therapiert. Sagt, er hat recht. Ich bin ein Ekel. Sagt, er hat doch nie gesagt, dass du ein Ekel bist. Widersprich mir nicht ständig. Also ständig widerspreche ich gar nicht. Schon wieder. Wir haben 20 Minuten ausgemacht. Ich will hier jetzt raus. Ich muss aufs Klo. Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit.